hallo und willkommen mitten im kampf von in der letzten folge habe ich ja hier aufgehört jetzt sind wir schon mittendrin welche taste war das wieder das ist jetzt schlecht da muss ich echt mal kurz schauen das war es nicht das kann vielleicht noch ein update machen ich kapiere doch gleich schon wieder hier das ist schlecht ganz schlecht so jetzt ist es hier schon ruhig ja So, mal kurz heilen. So, der ist schon mal weg. So, der ist schon mal weg. Okay, dann gehen wir wieder weg hier. Und noch mehr? Ja, wo denn? Ja, gleich. Ich muss mal hier das Geld mitnehmen noch. Oh, oh. Oh, ich habe noch gar kein Ding. Ich dachte, das wäre schon voll. Oh, oh. Oh, der macht viel Schaden. Oh, das wird nichts. Oh, oh. Ich denke, er ist mir da oben. Super geholfen. Hast rein. Ja, er kriegt sich. Okay. Okay, erst mal das Schild weg. Oh, die Schild ist schon mal weg. Oh, das hat er schon wieder Neues. Oh. 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 Oh, oh. 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 Das war nichts. So war das nichts bei dem. Komm schieß doch, wenn der mal Zeit ist oder die Bombe da schmeißt. Oh, oh, ich bin der Schilderklechchen. Oh nein, nein, ich brauche die auch noch. Ah, war ja klar. Muss noch ein bisschen mehr Leben haben am Anfang. Oh, klasse. Oh, okay. Oh, ja, ja. Oh, okay. Oh, der kommt ja schon wieder angerannt. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ein neuer Punkt. Schauen wir doch gleich mal. Das kann man nicht kaufen. Aber das hier kaufen wir mal. Da kann man was kaufen. Zu wenig Geld. Oh, okay. Äh, Vorteil hat man doch auch einen Punkt. Oh, was war hier noch? Nett. Nett. Erst drunter schießen, dann das Geld lohnt von ihm. Dann drunter schießen, dann drunter schießen, da ist man doch nicht mehr. Aber jetzt war das alles in der Fall, dunkel dass er etwas ist. Einen bloß,학, ja, gut. So, dann geht's er auf. Ah, hallo. Ah, lass mich in Ruhe, Mensch. So, macht denn der nix? Äh, wie lang soll ich das denn da aushalten? Aber, lass mich in Ruhe. Äh, das überlebe ich niemals. 20, das kommt noch knapp. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Oh, jetzt hat er hier ... Jetzt geht er ab, du. Hm, ah, hat er lange gehalten. Ja, das ist gut. 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 Ich glaube, ich glaube, er ist schützend. Kaliko, es ist in der Nähe. Es ist ein Doktor da. Ja, das ist gut. Stark, wir brauchen Hilfe. Luiis, Protokoll Epsilon. Sit down and roll up your sleeve. We will save your father, Mr. Renteer. Savages. Hey, hey, hey. It's fine. He's the cell's engineer. Virgil. Virgil only. It's an honor to finally meet you in the flesh, sir. Your gauntlet is a thing of beauty. Only a genius could... I need that fixed. Yesterday. I'll need a bigger lab if I'm gonna solve the mysteries of time travel, sir. I mean... How are we doing? Harrow needs a scapegoat. He won't leave without someone to blame for that fiasco. Pissed off little Highborne looking for her maker's head? No one could have predicted that. I don't think she did all that for just a bono. We're missing something. I bet my last buck will heal more from this Felicity tick pretty soon. I'm gonna check if Amelia needs some backup with Harrow. Who do I have to bend over this bar and indiscreetly fucked to get some coffee around here? What a day. See you in the briefing room. I need to check my gauntlet first. I need to check my gauntlet first. I must check someone around here. One chapter we have already achieved, if it's a bit shorter. But I will always check my gauntlet first. Thanks again for the first time. And see you in the next episode. Tschüss.